Herzlich Willkommen in Slaughterhouse, der größten Meat Factory hier in der Umgebung. Mein Chef ist heute leider höchstpersönlich nicht hier, aber hat Ihnen allen eine kleine Nachricht hinterlassen, welche ich Ihnen hier oben zeigen werde. Sehr verehrte Gäste, herzlich Willkommen in der Meat Factory Incorporated. Ich freue mich außerordentlich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Grieber und ich bin der Geschäftsführer dieses aufstrebenden und dynamischen Unternehmens, das sich darauf spezialisiert hat, Ihren Kunden auch in Zeiten ausgedehnter Lebensmittelkrisen mit genießbarem und vor allem gesundem Fleisch zu versorgen. Im Rahmen der Aktion Gesund genießen, bieten wir heute die einmalige Chance, sich direkt vor Ort die vier Stufen unserer schonenden Produktion einzusetzen. Bei Interesse unterbreiten wir selbstverständlich sehr gerne ein Angebot für einen Körperteil Ihrer Warnung. Die entsprechenden Verträge liegen für Sie bereits im Shop und außen. Zum Wachen der Hygiene ist in sämtlichen Produktionsstätten das Raufen sowie das Anfassen der Gegenstände nicht erlaubt. Nur wenn Sie die vorgeschriebenen Wege einhalten und die Gruppe nicht verlassen, können wir garantieren, dass sich die Meat Factory auch in einem Stück wieder verlassen werden. Und, denken Sie daran, wie bei Arm ab als Arm dran. Viel Spaß. Und einmal den Gang nach rechts folgen. Vielen Dank und auch viel Spaß von mir. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.